Eine Kaltfront ist über den Osten Deutschlands hinweggezogen. Dabei frischte der Wind stark böig auf und blies Laub und Staub auf die Straßen, wie diese Aufnahmen aus Sachsen und Brandenburg zeigen. Später brachten dunkle Wolken kräftigen Regen mit und auch danach zogen immer mal wieder Schauerwolken durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017